Dann war das Signal also nur eine Falle. Besser Bumblebee als ich. Er kommt schneller als erwartet. Wie der Zufall es will, bin ich auch schneller. Wir rücken ab. Wir rücken ab. Und aus den Erfahrungen nicht viel gelernt, wie ich sehe. Genug, um zu wissen, wo die Schwachstellen sind. Asseptikon. Oh, bitte. Mit diesen Cons verbindet mich nicht mehr das Geringste. Übrigens, wenn ich hier wäre, um den Tollpatsch zu rächen, würdest du mich schon längst um Gnade anflehen. Wieso bist du hier? Um eine Allianz vorzuschlagen. Wir haben viel mehr gemeinsam, als du vielleicht denkst. Und dabei spreche ich keineswegs von unseren Kampfverletzungen. Welchen Vorteil brächt mir ein solches Arrangement? Insider-Wissen. Eine sehr weise Entscheidung. Also, ein T-Block ist keine Technologie, sondern Biologie. Das bedeutet, er nimmt nur eine Art von Kraftquelle auf. Und zwar Energon. Und weiter? Energon ist der Treibstoff, die Munition und der Lebenssack aller Cybertronianer. Unabhängig ihrer Zugehörigkeit. Du und ich wollen es. Doch derzeit fehlen mir die Mittel, es zu lokalisieren. Doch wenn ich dir die Details einer chemischen Zusammensetzung liefere... Können wir deine beträchtlichen Ressourcen nutzen, um eine Möglichkeit zu entwickeln, neue Energon-Depots ausfindig zu machen, die wir natürlich teilen werden. Falls die Vorräte den beträchtlichen Bedarf der Mech decken. Ah, du hast vor, eine Armee aufzubauen? Ich bin gut vertraut mit persönlichem Ehrgeiz. Quelle lokalisiert. Ja, erfreulich, nicht wahr, Silas? Ich habe Megatron oft geraten, sich menschliche Verbündete zu suchen. Schließlich scheint den Autobots genau das gelegentlich einen Vorteil zu verschaffen. Doch obwohl er sonst einen Ruf als genialer Stratege genießt, ist Megatron beklagenswert engstirnig, wenn es darum geht, mit Gehirnen zu arbeiten, die kleiner sind als unsere. Das war nur bezogen auf die Größe des Kopfes. Hältst du auch mal den Mund? Hatte ich erwähnt, dass ich persönlich einen Autobot vernichtet habe? Anergon, in seiner ganzsten Form. Bereit für den Abbau. Und für die Verarbeitung, mein mit fleischüberzogener Weggefährte. Sodass endlich wir im Vorteil sind. Es funktioniert. Dennergott, es wird bei unserer zukünftigen Armee Wunder bewirken. Deiner zukünftigen Armee. Auf jeden Fall werden wir in wenigen Augenblicken Zeugen des Wunders der Transformation werden. Kein T-Block. Er ist unbewaffnet. Er ist unbewaffnet. So nah dran. Und jetzt? Unser Standort und der Prototyp sind gefährdet. Verwichte den Eindringling und komm zum Treffpunkt. Mit meinem T-Block. Ich bin nicht einer deiner Fußsoldaten. Ich... Ich bin ein Berater. Mein T-Block. Ach ja, der. Der ist unglücklicherweise im Eifer des Gefechts zerstört worden. Ein vorübergehender Rückschlag. Andere Autobots, andere T-Blöcke. Wir finden sicher rechtzeitig einen Ersatz. Nicht rechtzeitig. Jetzt. Ich bin ein Ersatz. Ich bin ein Ersatz.